Hallo, ich bin Thomas Bär und ich leite den Bereich Bestandserhaltung und digitale Langzeitarchivierung an der TEB. Wir leben in einer digitalen Welt und digitale Daten bestimmen unser gesamtes Leben. In jeder Sekunde erzeugen wir unglaublich viele Texte, Bilder, Videos oder auch 3D-Objekte. Und auch sie altern und einige von ihnen sind heute schon nicht mehr zu gebrauchen. Damit wir all die Daten auch in Zukunft noch nutzen können, müssen wir uns um sie kümmern. Für eine Bibliothek wie die TEB ist das natürlich eine ganz besonders verantwortungsvolle Aufgabe. Wir müssen all die digitalen Informationen erhalten, die für die Forschung und die Lehre notwendig sind. Jetzt und für spätere Generationen. Welche Software, Hardware oder Formate in 10, 20 oder 50 Jahren benutzt werden, können wir nicht wissen. Aber wir können unsere digitalen Objekte für die Zukunft fit machen und dafür haben wir Strategien und Maßnahmen entwickelt. Im Grunde ist es vergleichbar mit der Erhaltung von gedruckten Büchern. Es reicht nicht, sie bei guten Bedingungen aufzubewahren und regelmäßig abzustauben. Man muss sie aufschlagen, ihren Zustand erfassen, wissen wie sie hergestellt wurden und erkennen, wann man handeln muss, bevor sie nicht mehr nutzbar sind. So ist es auch bei digitalen Objekten. Nur komplexer, aber auch bei ihnen muss man wissen und verstehen, wie sie entstanden und aufgebaut und an welcher Stelle sie eventuell gefährdet sind. Um diese Aufgabe leisten zu können, braucht es sehr viel Wissen und Erfahrung. Wir an der TEB haben ein großartiges Team mit sehr viel Know-how, was sich jeden Tag dieser Aufgabe stellt. Und weil nicht alle so viel Wissen und Erfahrung in der digitalen Langzeitarchivierung haben können, helfen wir anderen Institutionen, indem wir sie beraten oder die Archivierung für sie als Dienstleistung übernehmen. Tschüss!